Warum haben wir alle Waffen abgeben müssen? Wo ist er? Da. Und schocken. Und schnell. Schnell der Generator, der Generator, schnell. Ach, ach nein, was? Strom wiederherstellen, wo denn? Weißt was? Und hier. Du wirst schon noch sterben. Du wirst schon noch verbrennen. Du wirst schon noch verbrennen. Eine Rohrpumpe. Puh. So. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber... Naja. Ach, wir können keine. Was brauchen wir dafür? Ah, Sensoren. Okay. Ein Sensor zu finden kann hier nicht so schwer sein. Den Strom wiederherstellen. Wo denn? Hier? Nö, dürfen wir es lassen. Hier. Ah, da. Oh, jetzt wo der Tod ist, ist das ja hier alles viel chilliger. Ja, das Problem ist, beim nächsten kommen wir nicht so gut durch. Ach, was Strom wiederherstellen. Wo denn noch? Ach, hier auch noch. Ach, das wär... Puh. Das wär was geworden. Wir haben hier überall den Strom wiederherstellen müssen. Dann haben wir voll. Geht's jetzt? Auf jeden Fall nicht. Da oben? Den haben wir ja schon. So. Ähm. Wo ist denn noch einer? Gleich hier hinten. Ah, da. Na gut. Na gut. Dann aktivieren wir den halt auch noch. Oh, jetzt. Jetzt muss es gehen. Was? Ach nein. Ich dachte schon. E. Und E. Na E. Und E. Zack. Oh. Ach. Moment, vielleicht hat der... Ach, tut mir ein Auto gehören. Ähm. Vielleicht hat ja... Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da. Vielleicht hat der erst den Sohn. Nö. Schade. dann wäre er uns vielleicht auch noch nachgesprungen und hätten sich in dem schacht verfolgt nein danke dann nehme ich lieber den simpleren weg da ist nicht weiter ach hier haben wieder eine leiter und bekomme ich jetzt mal meinen erhofften jumpscare noch nicht irgendwann ich sag's euch leute irgendwann kommt hier der jumpscare und ich höre einen speicherpunkt bin ich jetzt hier ach ich muss noch immer hier rüber hier ist der speicherpunkt ja jetzt würde ich auch noch gerne in die andere richtung sehen was es hier gibt hier kann ich den ionschneider jetzt benutzen schön naja dann mach mal und den hebel richter und es ach jetzt bin ich hier das heißt der roboter hier noch irgendwo herum gekriecht wäre hier ganz schön angefressen dass ich hier aufmach wie viele bitte wie viele denn noch öffnen sie das gitter na klar was denn was denn nicht sonst noch alles jetzt habe ich das wieder nicht gelösen jetzt habe ich das wieder nicht gelösen jetzt habe ich das wieder nicht gelösen nein lieber nicht benutzen ich schreck mich nicht so nein das wirst du nicht die lüftungsschichte sind ja unser einziges versteck ok bisher sieht es noch gut aus dass das ähnlich ist ich schrecklich da komm das so langsam ja 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 Da hinten ist er. Okay, ist gut. Einer sucht jetzt schon mal da hinten nach uns. Und der andere, hoffentlich hat er nichts davon mitbekommen. Mir gefällt das hier nicht so. Man sich hier fast nirgends verstecken kann. Habe schon mal angenehmere Plätzchen gesehen. Oh, Backelting. Es könnte echten Schaden anrichten. Oh, ja. Endlich. Danke, Spiel. Danke. Was gibt's hier? Code für Gitter. 6832. Ähm, 6, ach, muss ich hier. Moment, was? Ach hier. 6, ach, jetzt muss ich hier so. 6, 8, 3, 2. Jetzt geht's auch. Da hinten bist du, mein Freund. Ha. Ich hab hier eine kleine Überraschung für dich. Gibt's hier noch irgendwo? Muni? Okay. Dann probieren wir das gleich mal aus. So, komm her, mein Freund. Und. Zack. Nein. Ah. Nachladen. Hallo? Ach, muss ich erst aufladen. Ha, 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 ha. Ah, endlich. Ich fühle mich wieder mächtig. Und neuen Bolz rein. Ha, 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 ha. Das könnt ihr mir wohl nichts mehr anhaben, ihr dreckigen Androiden. Ha, ha, ha. Pech. Wahrscheinlich kommen wir jetzt so 10.000. Brauche ich Bolzenschneidermunition. Dieses Ding ist ja der Hammer. Oder sollte ich ja sagen, der, der Bolzen. Ha, ha, ha. Na, Gott, war das schlecht. Also, wir müssen jetzt nicht sehen, dass ich von meinem schlechten Witz ablenke. Wie ist das noch? Äh, noch jemand darüber. Aber, wir nehmen uns an unserem Ziel. Hoffe ich. Riccardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour, ist es noch nie gemacht. Ich habe in einem mein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Ja, Training. Ist jetzt Special Agent oder was? Ach, wenn wir einen Bolzenschneider haben. Oh, nochmal. Moment. Hä, das war Pumpgun. Hier ist doch noch eine Pumpgun. Voll zu schneller. Okay. Wir sollten uns aber trotzdem mitteckten. Ich habe mich gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt. Ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt. Oder in der Decke. Sebastor Bull besteht aus lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr an den Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Hier hat er einen Speicherpunkt, aber ich sehe ihn nicht. Hier kommt... Oh, hier oben wahrscheinlich. Ja, also. Daran speichern wir ihn mal. Wahrscheinlich jetzt, wo ich die Waffen gefunden habe, sind so kurz die Androiden für mich kein Problem mehr. Aber dann, dann kommt wahrscheinlich wieder das Alien. Oder so. So wie ich die Entwickler kenne. Lass mir doch keine freie Minute. Oh nein. Lade mal noch. Wow. Ich bin oben auf dem Reaktor-Kennenkarten. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das übliche. Ich werde auf der unteren Bühne nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug der Hunden sein. Ah ja. Wahrscheinlich im Herzen des Reaktors. Hm. Was aber schon zugeben. Sieht schon geil aus. Okay, mein Freund. Ich habe ja was für dich. Komm her. Oh. Jetzt erst nachladen. Nachladen. So. Jetzt ein bisschen Abwechslung mit der Pumpgun. Ähm. Ja, komm mal her. Zack. Zack. Mal nachladen. Ach, hier klebt schon das Androiden-Dings. Äh, das Androiden-Blut oder was auch immer das ist an der Pumpgun. Okay, was hast du schönes. Alles aufnehmen. Ja, Inventar voll. Ja, ja, nachladen ist sicher nicht schlecht. Auch nicht. Ist leer. Hm, ist auch leer. Ja, gut. Na gut. Ja. Outro